Wie bekomme ich einen spirituellen Namen? Hallo und herzlich willkommen zu einem Vortrag aus der Reihe Fragen zur Spiritualität. Mein Name ist Sukadev Bretz, ich bin Gründer und Leiter von yogavidya www.yoga-vidya.de und ich vergebe auch spirituelle Namen. Jetzt, wie bekommt man einen spirituellen Namen? Das ist natürlich in jeder spirituellen Tradition etwas unterschiedlich. Es gibt spirituelle Traditionen, bei denen gibt es spirituelle Namen und es gibt auch solche, bei denen gibt es solche nicht. Und so hängt es sehr von der Tradition ab. Jetzt bei yogavidya kann man einen spirituellen Namen bekommen, wenn man zunächst mal eine Mantraweihe bekommt. Um eine Mantraweihe zu bekommen, musst du natürlich erst bei yogavidya vertraut sein mit Meditation und mit den Mantras, denn du suchst dir dein Mantra selbst aus. Da musst du dir sicher sein, dass du das Mantra jeden Tag mindestens 20 Minuten wiederholen willst und danach kannst du eine Mantraweihe bekommen. Mantraweihe kannst du in allen yogavidya Ashrams bekommen und auch in manchen der yogavidya Stadtzentren. Es gibt eine bestimmte Anzahl von Menschen, die die Autorisierung haben, also Mantra-Einweihungen zu geben. Und wenn du eine Mantraweihe bekommen hast, kannst du, wenn du willst, auch einen spirituellen Namen bekommen. Das geschieht dann in einem einfachen Einweihungsritual, sogenannte Namadiksha. Bei yogavidya geht das meistens am Ende des Samstagabendsatsangs und auch oft nach Pujas und Homas, die es zum Beispiel am Donnerstagabend gibt. Also im Wesentlichen, du müsstest, wenn du bei yogavidya einen spirituellen Namen bekommen willst, zunächst mal eine Weile entweder in das entsprechende Stadtzentrum gehen oder eben zu einem von yogavidya autorisierten spirituellen Lehrer, Meditationslehrer gehen, um dort Meditationskurse zu machen oder bei yogavidya eben im Ashram-Seminare mitmachen, dann eine Informationsveranstaltung zum Thema Mantraweihe besuchen, dann eine Mantraweihe bekommen und danach kannst du auch einen spirituellen Namen bekommen. Wenn du bei yogavidya eine Yogalehrerausbildung mitmachst, hast du mehrmals die Gelegenheit zur Namensgebung und auch zur Mantraweihe. Das ist eine Möglichkeit, die manche annehmen und manche eben auch nicht. Ja, alle Informationen über spirituelle Namensgebung und Mantraweihe